Hallo. Ich heiße Mia, ich bin die Accountmanagerin von Ipgate. Sie haben sich vor kurzem auf unserer Plattform angemeldet. Habe ich recht? Und da rufen Sie am Sonntagabend an? Ja, natürlich. Wir arbeiten 24-7. Was machen Sie? Hallo. Sind Sie noch da, junge Frau? Ja, natürlich. Ich bin hier. Also ich meine, wir arbeiten jeden Tag und den ganzen Tag. Ich dachte immer, die Finanzmärkte haben am Wochenende geschlossen. Aber egal. Ja, okay. Darf ich fragen, haben Sie getradet? Habe ich was, bitte? Haben Sie Erfahrung im Handeln? Nee, gar nicht. Ich wollte da mal reingucken. Achso, okay. Darf ich fragen, wie alt sind Sie? Und 82. 82, ja? Ja. Okay. Mit welchem Betrag wollen Sie einsteigen? Nochmal was, bitte? Mit welchem Betrag wollen Sie einsteigen? Das kommt drauf an, was mir das bringt, ne? Sag mal, je besser, je besser, sag ich mal, der Gewinn ist so, desto mehr, sag ich mal, würde ich da locker machen wollen. Also, ich kann erklären, wie es geht, mit welchem Betrag Sie einsteigen überhaupt können. Ja. Also, Sie können mit 250 einsteigen, Sie können auch mit 500 einsteigen und mit 1000. Jetzt haben Sie mir aber ja noch nicht gesagt, was da für mich bei rumkommt. Ich muss das ja einschätzen können. Welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Welche was habe ich? Zahlungsmöglichkeiten. Sie kommen aber schnell an den Punkt, wo es um die Kohle geht. Ich will doch erst mal wissen, was mir das bringt, bevor ich da Geld rausdrücke. Hören Sie mich gut? Ich kann Sie sehr gut hören. Dimitri? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, was war die Frage? Dimitri? Was denn? Spreche ich gerade mit Dimitri? Ja, natürlich. Echt? Ja? Und wie heißen Sie? Das wissen Sie schon. Woher soll ich das denn wissen? Wir haben mal gesprochen. Ja, wann denn? Oh, das war vor allem eine sehr lange Zeit. Da haben Sie aber ein gutes Gedächtnis. So gut ist das bei mir nicht ausgeprägt. Die sind doch nicht 82. Na doch. Nee. Haben Sie durch meine Kamera geguckt? Nee. Woher wollen Sie das dann wissen? Das, das, ich weiß nicht. Ich denke das einfach. Ja? Das ist aber nicht sehr freundlich. Frag Sie ja auch nicht nach Ihrem Alter, ne? Das ist schon ziemlich scheiße, dass man Sonntagabend arbeiten muss, oder? Mhm. Tut mir echt leid für Sie. Vielleicht versuchen Sie es mal mit einer Lehre, einer Ausbildung oder so. Wir müssen nicht arbeiten. Ich bin einfach selbst gekommen. Ach so. Ist das so dringend? Ich hatte nichts. Nee, ich hatte nichts zu tun. Oh, das ist aber traurig, wenn man Sonntagabend keine Familie hat, zu der man gehen kann, oder keinen Partner, keine Freunde. Beide habe ich nicht. Ja, das, was meinen Sie denn, woran das liegen könnte? Weiß ich auch nicht. Ja, Mensch, das ist ja, soll ich Ihnen Arbeit besorgen? Besorgen, okay. Ja, Sie könnten, ich habe ja Hühner, Sie könnten sich hier um meine Hühner kümmern. Wäre das ein Vorschlag? Nee, das gefällt mir nicht. Na, Sie lachen doch, das scheint Ihnen ja, sag ich mal, zumindest nicht unsympathisch zu sein. Ziege? Nee, Hühner habe ich. Nee. Doch, soll ich Ihnen ein Bild schicken? Okay, haben Sie WhatsApp? Habe ich was? WhatsApp. Nee, mit sowas gebe ich mich nicht ab. Ich habe eine richtig schöne DE-Mail. Da kann man sich richtig schön verifizieren mit, ne? Info-meerschweinchen.de Ja. Ich habe da so eine Fan-Seite. Eine Fan-Seite? Ich habe deine Seite gesehen. Die Meerschweinchen-Seite? Nee, nicht die Meerschweinchen-Seite. Also, wir haben jetzt ja gerade den Text veröffentlicht, Meerschweinchen im Winter, weil die Zeit für den Sommer, die ist jetzt ja vorbei, ne? Da gibt es halt auch so die häufige Fehler bei der Meerschweinchen-Haltung. Ach so, okay. Ist heute nicht viel los bei Ihnen? Das merkt man. Wie lange machen Sie das schon? Ein paar Monate. Aber wir haben vor langer Zeit gesprochen. Ist das ein paar Monate bei Ihnen? Okay, mehr als ein paar Monate. Und Sie rufen wahrscheinlich von Zypern an, richtig? Von wo? Zypern. Zypern, nein. Die Ortschaft. Weil die Nummer, die Sie anzeigen, die ist ja nicht richtig. Richtig, ja. Von wo kommen Sie denn her, sagen Sie mal? Von wo kommen Sie? Na, ich komme ja hier aus Baden-Baden. Nee. Doch. Echt? Ja. Haben Sie hier... Ich war auch von meinem Baden-Baden. Was haben Sie da gemacht? Na, dann wird es schon wieder schwierig, ne? Ich war da mit meiner Familie. Ach so, die, mit denen Sie am Wochenende keine Zeit verbringen wollen. Na, ich war ein Kind. Ach so, ja, da hat man noch nicht die Wahl, ne? Da muss man noch mitmachen. Was einem gesagt wird. Und dann so 18 des Lebens, ja, jawohl, jetzt starten wir eine kriminelle Karriere, lassen alles hinter uns. So ein bisschen Bonnie-und-Kleid-Romantik, ne? Ja, ja, traurige, trauriges Schicksal eigentlich, ne? Sagen Sie mir bitte, haben Sie auch Ziege? Ich habe auch Ziegen, ja. Möchten Sie die melken? Ah, okay. Verstanden. Ja, wollen Sie die Ziege melken? Nee. Also, ich wäre ja auch so, so, ich würde Ihnen auch ein Ziegenweibchen geben, weil es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von RTL, vom Frauentausch, da haben Sie so eine ganz dumme eingefangen und die hat versucht, den Ziegenbock zu melken. Das endete dann eher in sexueller Belästigung gegen die Ziege, ne? Ja, das ist nicht so schön. Das finde ich auch. Woran ist es denn bei Ihnen gescheitert auf dem Lebensweg? Schwierig zu sagen, ja. Was denn passiert? So mit Schule und Ausbildung und so? Weil Sie hören sich ja nicht dumm an. Ich war sehr gut in der Schule. Ja, warum hast du nichts draus gemacht? Ich habe auch eine gute Ausbildung. Was denn? Na komm, du benutzt doch sowieso einen falschen Namen und eine falsche Telefonnummer. Dann können wir doch jetzt auch offen sprechen. Sind wir live? Was sind wir? Live. Nee, live mache ich ja nicht. Nein, aber ich habe doch gesehen mal. Nee, das sind Premieren. Das ist was anderes. Das ist wie wenn man ins Kino geht. Das ist schon vorher. Ich habe vorher fertig gemacht, alles. Nee, du besuchst auch manchmal andere Livestreams. Ja, das mache ich. Das stimmt. Aber das bin ich ja nicht selber. Und es ist jetzt auch kein anderer hier. Wir sind quasi privat. Ah, okay. Das ist aber schon komisch. Du scheinst ja da den ein oder anderen zu kennen, aber machst das trotzdem. Was ist da los? Ist das hier deine Nummer? Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich auch eine falsche, genau wie deine, aber ist ja egal. Ah, okay. Ist diese Nummer immer erreichbar? Nee, nur wenn ich sie anschalte. Das ist ja genauso wie bei euch. Euch kann man ja auch nicht erreichen, obwohl ihr so eine seriöse Firma seid, ne? Ist halt so. Warum machst denn du sowas, sag mal? Lass mich mal deine, wie heißt der? Ähm, Patesh oder? Du willst mit den Änder reden? Hör du, meine Schwester, aus welchem Land kommst du? Ich komme aus einem schönen Land. Ja, aus welchem? Sehr schönem Land. Aus welchem schönen Land? Ich bin bei vielen Ländern gewesen. Vielleicht können wir Fototour machen, ja? Mit dir auf Fotofonurlaub. Wir können uns in Deutschland treffen. In Deutschland? Da musst du aber extra einfliegen, oder, Devochka? Oh, ja, kann ich machen. Ja? Und dann habe ich ein Messer im Rücken. Ich kenne euch doch alle. Das wäre nicht nett. Ja, das wäre nicht nett, aber was du machst, ist ja auch nicht nett. Von daher muss man dir ja einiges zutrauen. Hm. Ich meine, da muss ja schon... Arrakisch? Nee, jetzt ist Dimitri gerade hier. Arrakisch musste zur Toilette. Ja, ja, gerade ist Dimitri. Ich hatte einfach den Namen vergessen. Ah, du hast doch vorhin noch nach Dimitri gefragt. Jetzt hast du den Namen vergessen. Jetzt sag mal, was hast du für eine Ausbildung, Devochka? Würde ich nicht sagen. Ich finde einen Job für dich. Warum machst du so einen Mist? Du weißt doch, dass das kriminell ist, was du da machst. Echt? Ja, klar. Du kennst unsere Videos. Du scheinst auch nicht ganz doof zu sein. Du weißt doch genau, was du da machst. Mhm. Jetzt tu nicht so. Tue ich nicht. Gut, dann sind wir uns ja einig. Wirst du schon gesucht, so mit Europol-Haftbefehlen und sowas? Nee. Nicht. Hast du mal angefragt, weil du kannst dir ja so abfragen, ob die gegen dich ermitteln und so. Würde ich mal machen, einfach so aus Interesse. Schwere, schwere Fragen, weiß ich nicht. Schwere Fragen, ja. Tut mir leid, ich wollte dich nicht überfordern. So, komm, jetzt verkauf mir mal was. Was wirst du mir anbieten? Wie viel Prozent? 30 Prozent im Monat oder wie viel gibt es bei euch? Bei uns? Ja, klar. Ja, denk dir eine schöne Zahl aus. Also bei uns von dem Gewinn, nee, ich sag dir jetzt, wie es geht bei uns. Von dem Gewinn kann der Finanzberater bis 8 Prozent profitieren. Achso, nee, ich meinte eigentlich, wie viel ich verdienen kann, aber danke für die Info. Und das lohnt sich, weil wenn einer 250 Euro einzahlt und du kriegst 8 Prozent davon, dafür würde ich mich doch nicht mit deinem Fuß in den Knast stellen oder was? Das lohnt sich doch nicht, oder? Doch, vielleicht schon, weiß nicht. Weil dann kriegst du ja, nein, Quatsch, jetzt habe ich falsch gerechnet. Ja, das lohnt sich, dann kriegst du 50 Euro pro Abschluss, das lohnt sich doch nicht. Kriegst du doch noch einen Festlohn dazu? Ja. Na, immerhin, das ist dann quasi so die Kirsche obendrauf. Mensch, dafür lohnt sich es, seine Seele zu verkaufen für eine junge Frau? Nee. Warum machst du es dann? Mach dir einen Onlyfans-Account. Ist so. Das wäre besser, ja. Ja, ist so, dann wirst du nicht kriminell für. Na gut, je nachdem, was für Bilder du hochlädst. Hahaha. Da muss man aufpassen. So, komm, erzähl mir was, sonst wird es langweilig. Ich finde es sehr interessant, mal mit einem von euch zu sprechen, ohne dass man sich anschreit gegeneitig. Ähm, diese Nummer, wie lange wird die noch aktiv? Äh, 10 Minuten, weil ich muss auch, äh, um 19 Uhr geht man Premiere durch heute, right? Ach so. Ja. Wie viele Leute sitzen da? Hört sich an wie türkische Kaffee. Wie kann es sich ein türkischer Kaffee anhören, wenn hier nur drei Leute sind? Hör sich nie Musik- und Stimmengewirre. Vielleicht siehst du nur drei Leute, aber es hört sich an, als ob da mehr wären. Vielleicht brauchst du eine Brille, Devoschka. Ich kann dir da helfen. Dimitri ist Uhrmacher. Äh, Optiker. Falsch rum. Optiker. Optiker, richtig. Hier sind momentan nur drei Leute und das war's. Und jeder hat seinen Fernseher laufen, oder was? Nein. Ich habe einfach eine Musik angemacht. Das wäre jetzt auch nochmal eine Frage, die mich sehr interessiert. Warum läuft in den Bitcoin-Betrüger-Callcentern immer Musik nebenbei? Die Leute von der Gewinnspiel-Mafia machen das nicht. Die Leute von der Kreditkarten-Mafia machen das nicht. Die Leute, die mit irgendwelchen anderen Verträgen arbeiten, machen das auch nicht. Nur ihr Bitcoin-Figuren macht das. Warum? Das hilft mich auch. Echt nicht. Ist das nicht so deine Musik? Sollen wir zusammen deutsche Volkslieder singen? Ah, okay. Welche, was ist dein Lieblingslied? Sollen wir zusammen das Lied von Pokémon singen? Okay. Ja, du fängst an. 1, 2, 3. Ich kenne das Lied nicht. Wie sollen wir es zusammen singen, wenn du es nicht kennst, verdammt? Fang du an. Kennst du das Lied von der Gummibärenbande? Nein, auch nicht. Weil es gibt bei YouTube gibt es so einen coolen Kanal, der heißt Kontrollverlust. Die machen so Cover von so Opening-Dingern. Die haben Gummibärenbande, Pokémon, Digimon und ganz viele andere Sachen. Wenn ich irgendwie ein bisschen singen könnte, würde ich ja mal was mit denen machen. Aber ich habe eine Stimme wie ein russischer Panzer, verdammt. Das klappt nicht. Nein, du hast sehr, sehr coole Stimmen, sage ich dir. Das ist schön, deswegen unterhältst du dich auch mit mir. Gut, dann vergessen wir das Thema singen, das wird dann heute wohl nichts. Was ist dein Lieblingsfilm? Sollen wir zusammen Borat gucken? Ein Lieblingsfilm? Sag mir nicht mit irgendeinem Bollywood-Kram, ja? Oh, ich liebe Bollywood. Ah. Sag sowas nicht. Ja, aber guck mal, bei Bollywood, da geht es um Liebe, Vertrauen, um Respekt, darum, dass reiche Menschen Armen helfen und umgekehrt. Und du sitzt da und nimmst den armen Leuten das letzte bisschen Geld weg. Wie passt das zusammen? Nein, ohne Scheiß, denk mal eine Minute nach, das passt nicht. Oder willst du mir sagen, das passt zusammen? Nein. Warum machst du das? Was habe ich? Welche Aufstellung? Ich bin hier kein Fußballteam. Aufbildung. Ah, ich habe studiert, Devochka. Was haben wir studiert? Marketing-Wissenschaften. Oh. Von daher, lass mich dir helfen, verdammt. Weißt du, du kriegst, weiß ich nicht, ob du das vielleicht kennst aus Amerika, wenn dir irgendwo so ein neues Fastfood-Restaurant aufmacht, die müssen ja Kunden kriegen, ne? Die packen sich dann so die Leute, die holen die aus dem Knast auf Bewährung und so, also gar nicht so unpassend. Die drücken denen dann so ein zwei Meter langes Brett in die Hand, dann stellen die sich an die Autobahn und tanzen mit diesem Schild, damit die Leute wissen, wo das neue McDonalds und so ist. Würdest du sowas machen? Nee. Warum nicht? 15 Euro die Stunde plus Krankengeld. Zwei Lungenentzündungen garantiert pro Winter. Okay, schlechtes Angebot. Ich brauche noch eine Sekretärin. Was hältst du davon? Das denke ich, wäre schon eine gute Idee. Was hast du denn für technische Wissenschaften, äh, Kenntnisse und sowas? Ähm, in Technik? Ja, so mit Computer, weißt du, Faxgerät, Scanner und Fuchslocher und sowas. Weil ich brauche dann ja jemanden für die, für die, für die Wiedervorlage, für die Papierablage, für die, für die Briefkasten zur Ordnung. Ich weiß, wie man den Computer anmacht. Du weißt, wie man den Computer anmacht. Guck mal, hast du Anydesk? Ich zeige dir alles, was du wissen musst. Okay. Hast du Anydesk? Jetzt schalte ich mich drauf bei dir, ich zeige dir das. Nee, habe ich nicht. Du kannst mir nicht sagen, dass du in einem Bitcoin-Betrüger-Callcenter arbeitest und ihr nicht entweder Anydesk oder TeamViewer auf dem Computer habt. Das kannst du mir nicht sagen. Ich bin nicht so dumm, wie du dich stellst. Ich weiß, was Anydesk ist, aber wir sind nicht erlaubt, Anydesk zu benutzen. Wie macht ihr das denn? Wie zieht ihr die Leute denn über die, über den Tisch? Müsst ihr irgendwie an die, an die Daten und alles drankommen? Auch nicht. Das geht doch am besten, wenn, wenn der andere so doof ist, bei sich das Online-Banking aufzumachen, du das Passwort mitloggen kannst. Durch Anydesk? Ja, klar. Das ist, nee, das ist zu schwer. Wie, das ist zu schwer? Das sind drei verdammte Mausklicks. Er muss zuerst Anydesk installieren, danach ist öffnen, danach... Ja, guck mal, du kennst das doch. Natürlich, ich kenne ich das. Ja, also, dann stell dich doch nicht so doof. Aber ich meine, ich habe kein Anydesk. Ja, aber dafür weißt du genau, wie das funktioniert. Okay. Lad's dir mal eben runter, dann können wir zusammen in meine Premiere gucken in viertel Stunde. In 14 Stunden? Viertel Stunde, 15 Minuten. Warte mal, ich habe mein Handy mit dabei, ich mache mal dein YouTube an. Einen Moment. Ja, da kannst du gucken, wir sind nicht live. Wie? Hast du wenigstens abonniert? Natürlich. Immerhin. Guck mal, wenn du ein Abo abschließt auf dem Kanal, dann kannst du Ottersmileys benutzen und Ziegensmileys, wenn du Kommentare schreibst. Schreib mir mal was Nettes unter mein letztes Video. Okay, einmal mit Ziegensmileys, warum finde ich dich nicht? Also, wenn du Ziegensmileys schreiben kannst, dann kann ich dich nicht als Sekretärin anstellen, tut mir leid. Telefonsieger. Zusammengeschrieben, ein Wort. Soll ich dir Telefon buchstabieren oder kriegst du das hin? Nee, ich denke, ich kriege das hin. Das kriegst du hin? Das ist super. Ja, wie lange musst du... Warum bist du nicht hier? Ich bin hier, die ganze Zeit schon. Wie lange musst du heute in Anführungszeichen arbeiten am Sonntag? Wir haben jetzt fast 19 Uhr. Solange ich will. Solange du willst. Aha. Mensch, dann muss ich dich ja noch ein bisschen am Telefon halten heute. Ist echt interessant, sich mal mit einem... Das nächste Video, vor 23 Stunden Scambaiting, Betrügerin, beißt sich die Zähne an mir aus. Das musst du dir echt anhören. Die Alte ist sowas von bescheuert. Darum bin ich ganz froh, man mit einem Menschen zu reden, der klare Sätze rausbringt. Ich meine, man hört, du bist auch kein Muttersprachler, genau wie ich, aber du kannst vernünftig sprechen. Ich tippe bei dir auf Türkei. Bin ich da richtig? Nee. Nicht? Dann bist du irgendwo in Osteuropa. Obwohl, neuerdings sind die ganzen Bitcoin-Betrüger ja angeblich immer aus Italien und Spanien. Hablo es Spaniel, chanera? Hört mein Deutsch nicht, wenn ich sieh. Oh. Muy bien, muy bien. But in India, we talk the English, right? Hört mein Deutsch nicht, wenn ich gut an. Das habe ich nicht gesagt, aber ich bin in der Lage herauszuhören, ob ein Mensch Muttersprachler ist oder nicht. Und du bist es offenbar nicht, auch wenn du sehr, sehr gut Deutsch sprichst. Ben ich. Nee, du hast einen ganz, ganz auffälligen Akzent und in der Grammatik solche Sachen, wo man sagt, okay, darum habe ich auf Türkei getippt. Wäre ja nicht schlimm gewesen. Ich kenne viele coole Türken. Ah. Welche Sprachen sprichst du? Spanisch. Deutsch. Englisch. W-wann hast du dein Deutsch abgenommen? Hast du es aus dem Kaugummi-Automaten bekommen? Was? Ich fragte, ob du dein Deutsch abgenommen hast, aus dem Kaugummi-Automaten. Aha, ja. Ja? Wie viel war es? Ja. Don't you dare to try my English right. Don't you dare to try my English right. I will slap your buttocks right now. So, ich habe jetzt mal meinen anderen Computer angemacht. Komm mal drauf, ich zeige dir Bilder von mir. Du hast Anydesk, erzähl mir nix. Ich habe, aber wie kannst du mir dein Bilder zeigen? Du musst mir deine Nummer geben. Ja, warte, ich bin gerade dabei, das aufzumachen. Ist ja alles nicht immer ganz so einfach. Weißt du, eigentlich wollte ich den Computer erst in ein paar Minuten anmachen. Aber, da, 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 da. So, kann losgehen. Bist du bereit, Devoshka? Meinst du für Anydesk? Ja klar, wofür sonst? Ich habe doch gesagt, das geht nicht. Doch, du hast gerade gesagt, du möchtest meine Nummer haben. Jetzt möchte ich dir die geben. Deine private Nummer? Nein, meine Anydesk Nummer. Dass du mich bei dir nicht drauf lässt, habe ich mir schon gedacht. Der Letzte, der das gemacht hat, dem haben wir den Computer platt gemacht. Oh, nicht schön. Na doch, Betrüger haben das verdient. Und das tolle war, wir haben von 20.000 angerufenen Leuten die ganzen Daten erbeuteten, konnten die alle warnen. Das war richtig klasse. Ja klar. Da habe ich mir eine Woche freigenommen für. So ungefähr vor drei Wochen? Ah, ist schon ein bisschen her. Das war zumindest das erste Mal damals. Aber das ist inzwischen einem der Jungs oder uns schon ein paar Mal geglückt. Ja, darum lautet der Slogan der Liga, der außergewöhnlichen Scambeta, ja auch, wir kriegen euch alle. Weil irgendwann machen die Leute mal einen Fehler, verstehst du? Mhm. Was ist das für Musik? Das ist, äh, weiß ich nicht. Das ist das, wie ein Rap. Kannst du rappen? Ja, natürlich. Erzähl mal, mach mal Freestyle. Komm mal. Kannst du? Nee, bin ich nicht talentiert genug für, weißt du, ich mag lieber so Militärmusik. Kannst du da noch singen? Ich kann nicht singen, habe ich doch vorhin gesagt. Egal, probier's. Magst du Eminem? Aha. Ja? Was ist dein Lieblingssong von ihm? I'm not afraid. Ah. Und du würdest dann singen, I'm not afraid of the police, oder was? Kann sein, oder was? Ich würde ja sagen, don't be afraid to do the right thing. Schlag das ganze Callcenter kaputt und komm zu uns rüber. Da kannst du auf der guten Seite der Macht arbeiten. Mhm. Gib mir die Adresse, ich schicke dir Kalaschnikova. Ha, 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 ha. So, komm. Ich geb dir jetzt meine AnyDesk-Nummer und wir machen einen kleinen Ausflug in die Ziegenwelt. Das ist wie Alice im Wunderland, nur jugendfrei. Äh, nicht jugendfrei. Also, 984. Mhm. 646. Mhm. 966. Mhm. Da wei. Da wei. Paaruski. Aha. Da, paaruski. Aha, okay. Okay. Хорошо. Klappt nicht. Warum klappt das nicht? Weil ich kein AnyDesk habe. Du bist ein Papiervogel, ein Elender. Hast du dreimal gesagt, du verbindest dich. Jetzt hast du das Programm angeblich nicht. Guck mal, ich hab diese Applikation. Okay, die Applikation habe ich ja vielleicht. Okay. Aber? Ich weiß doch genau, wie das bei euch läuft. Stell dich nicht dümmer, als du dich anhörst manchmal. Ist so. Was wollen wir denn jetzt gleich um 7 meine Premiere zusammen gucken? Welche Zeitzone wohnst du? Wie spät ist das bei dir? Mhm. Genauso spät wie in Deutschland. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber. Warum ruft mich jetzt die gleiche Nummer von dir nochmal an? Das weiß ich nicht. Ich hab mich zu oft eingetragen. Kannst du mal rufen, wer gerade versucht hat, hier, äh, Ramstan Kadirov anzurufen. So hab ich mich auch noch genannt bei euch. Frag mal in die Runde, wer hat Ramstan Kadirov angerufen? Frag mal kurz. Wer hat dann... Wem fragen? Na, deine anderen... Zwei Kollegen, die da angeblich nur sitzen. Einer von den beiden muss mich ja dann angerufen haben, wenn du... Deine Nummer nochmal kommt. Achso, du hast dich auf ItGate angemeldet? Ich hab mich heute bei 200 Seiten angemeldet, ungefähr. Und du hast es selbst gemacht, Felix. Ja, wer sonst? Also, du hast hier keiner vielleicht deswegen. Einen Moment, ich frage mal kurz nach. Ja, Ramstan Kadirov war der Name. Ja, Ramstan Kadirov war der Name. Er ist nicht bei uns. Ramstan Kadirov ist nicht bei euch? Nee. Schade, der wüsste, was man mit euch machen muss. Ha 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 ha! Kennst du ihn? Nee. Wie, du kennst Ramstan nicht? Was ist da los? Egal. Doch, ich weiß, wer es ist, aber... Wer ist denn Ramstan Kadirov? Präsident, oder was? Ja, von Hells Angels, ne? Alexander. Penis Adolf. Was hat die da im Hintergrund gerade gesagt? Penis Adolf? Ja, wir haben es gehört. Ich hab sehr gute Ohren. Und wir telefonieren seit einer halben Stunde. Ich hab mich an die Sounds gewöhnt, die bei euch laufen. Weißt du, das ist bei uns... Weißt du, ich bin ja der Herr Maulwurf und ich hab schlechte Augen, aber umso besser sind die Ohren, verstehst du das? Aha. Ja, ja. Gib mir mal deinen Chef, den muss ich auch noch interviewen. Okay. Ein Moment. Danke. Herr Dimitri, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und selber? Auch gut. Das ist schön zu hören. Was geht bei euch? Sonntag echt nichts anderes zu tun, als Leute abzocken? Deine Stimme kommt mir richtig, richtig bekannt vor. Ja, du weißt doch, wie ich heiße. Von daher, kennst du mich doch auch. Ja, natürlich kennst du mich. Ach, nee, ich telefoniere jeden Tag mit so vielen Figuren, die kann ich mir nicht alle merken. Tut mir leid. Haha. Aber ich bin sehr bekannt. Du bist sehr bekannt. Wofür? Natürlich. Stehst du auf der FBI Terrorliste? Nein, ich hab mit dir schon mal gesprochen. Ach, du tut mir leid, ich telefoniere jeden Tag mit so vielen Leuten, das kann ich mir nicht merken. Naja, kein Problem. Welcher Anruf war das denn? Vor mehreren Monaten. Vor mehreren Monaten. Wie hieß der denn? Da muss ich nochmal reinhören. Dass ich weiß, mit wem ich gerade die Ehre habe. Ja, schau mal nach auf deine YouTube-Videos und so. Da sind fast 500, aber die kann ich jetzt nicht alle wieder nachgucken. Naja, du hast so viel freie Zeit, du kannst es dir leisten. Nee, du, ich bin den ganzen Tag, weißt du, eigentlich bin selbstständiger Schichtarbeiter. Mein ganzer Tag besteht aus Schneiden, Rändern und Hochladen. Und das ist harte Arbeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Parallel kannst du es dann als einen Ton anmachen, anhören, angucken, machen, was du willst und irgendwie finden. Wer sucht, der findet immer alles. Ja, klar, aber in der Zeit, wo ich jetzt gucke, wer du bist und wann wir gesprochen haben, in der Zeit kann ich wieder zehn Betrüger davon abhalten, alten Leuten das Geld wegzunehmen. Also da sind meine Prioritäten ganz klar. Was macht ihr denn so am Tag? Für wie viele Leute zockt ihr ab in einer Schicht? Hallo? 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 Ja, jetzt tu nicht so. Ich sehe genau, dass die Verbindung perfekt steht. Tu nicht so, als ob du mich nicht hören kannst. Hallo? Hallo? Gib mir mal den Nächsten von euch, dann habe ich mit allen gesprochen. Ciao, Dmitri. Wie viele sitzen da bei euch? Dieses miese Dreckspack. Sonntagabend um kurz vor 19 Uhr rufen sie an und erzählen eine halbe Stunde aus dem Nähkästchen und sind, wie ihr seht, ja total stolz und geil auf das, was sie machen. Kennen die ganzen Kanäle der Liga-Mitglieder, kennen meinen Kanal, wissen spätestens dadurch im Detail genau, was sie da machen, wissen, dass sie Kriminelle und das Allerletzte sind, was es menschlich gibt auf diesem Planeten und dann wagt diese Atemluftverschwendung, das noch hier anzurufen. Man glaubt es ja nicht, aber mal wieder ein schöner Einblick, dass man eben sieht, dass sie, auch wenn sie sich immer so ausgeben, keine professionellen Trader, was es ja so als Beruf gar nicht gibt, die haben keine Ehre, keinen Beruf, keine Würde, keine Moral, nichts haben diese Leute. Das sind gescheiterte Existenzen, die sitzen, wo andere Menschen am Sonntagabend mit ihrer Familie zusammensitzen, essen, Brettspiele, was war deine Woche, was machen wir nächste Woche. Da sitzen die in irgendeinem staubigen Callcenter in Izmir und rufen die Leute an und wollen denen die Kohle wegnehmen. Freut euch, Freunde, dass ihr dieses Schicksal nicht habt und tut euren Teil dazu, dass andere dieses Schicksal nicht erleiden, indem er sie vor genau solchen Mistköpfen warnt. Ich freue mich auf Kommentare unter diesem Video, ihr dürft es gerne teilen, um einfach mal der Welt noch zu zeigen, wie dreist diese Mistvögel sind. Vielen Dank!